Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute kümmern wir uns mal um viel zu auffällige Atmer in den Gesangsaufnahmen. Los geht's mit dem... Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute wollen wir uns, wie gesagt, mal dem Atmen zuwenden. Atmen soll ja lebensverlängert wirken, habe ich mal gehört. Und gerade beim Singen und beim Sprechen oder auch beim Rappen ist Atmen ja sehr wichtig, denn viele Wörter brauchen natürlich viel Luft und dementsprechend muss man dann auch viel atmen. Atmen ist bei Aufnahmen normalerweise jetzt nicht so schwierig, nur wenn sie nachbearbeitet werden. Die Schwierigkeit ist nämlich, wenn wir heutzutage die Gesangsaufnahmen nachbearbeitet werden, zum Beispiel mit einem Kompressor, zwei, drei Kompressoren, wie sie heutzutage üblich sind, um das Signal möglichst gleichmäßig zu gestalten, dann werden natürlich die Spitzen vom Signal, also vom Gesang oder vom Rap runtergefahren und dann kann man das Signal insgesamt lauter aussteuern, dadurch, dass die Spitzen nicht so rauspicken. Ein Problem ist nur, wenn man dann mit dem Make-up-Gain das ganze Signal ein bisschen lauter macht, dann macht man natürlich auch die leiseren Stellen im Gesang oder im Rap lauter. Das heißt, alles, was vorher leise war, Schmatzer zum Beispiel, wenn man nicht genug getrunken hat, wie mir das hin und wieder mal passiert, oder aber auch die Atmer, die man hat, die können dann sehr laut werden und können dann störend werden. Ganz schlimm wird es, wenn man Chöre einsingt mit 10, 20 Stimmen und da nicht drauf aufpasst mit den Atmern, dann können nämlich, wenn 20 Leute im Chor singen und gleichzeitig atmen, dann kann das schon sehr laut werden, aber auch auf der Hauptstimme kann das wirklich störend sein. Es kann gut sein, wenn man zum Beispiel eine langsame Ballade hat. Die Sängerin singt mit Hingabe und gibt alles und atmet dann schön gleichmäßig und geräuschvoll ein. Das kann viel Hingabe im Song bedeuten, aber wenn du einen schnelleren Song hast, wie den Song, den wir gleich aufmachen, und dann auch vielleicht noch viel Text folgt, wie bei diesem Song oder auch beim Rap, wo viel Text kommt, dann hat man oft die Problematik, dass viel zu laute Atmer auch Stress signalisieren können. Das heißt, viel zu laute Atmer signalisieren, vor allem wenn man häufig hintereinander atmet, dass der Typ da Stress hat und dass er nicht entspannt ist. Man soll aber relativ entspannt wirken, es sei denn, man möchte natürlich Stress vermitteln. Aber die wenigsten wollen das und dementsprechend gilt es, die Atmer nachzubearbeiten. Wie ich das mache, zeige ich dir gleich mal am Beispiel und vor allem auch, warum ich das mache. Und verpasst gleich nicht nach diesem kleinen Beispiel noch die Frage der Woche, die gibt es nämlich im Anschluss noch. Und wir gehen jetzt mal in Medias Res und schauen, wie ich die Atmer bearbeite. Los geht's! So, dann sind wir schon in der Session und wir schauen mal hier rein, was ich hier vorbereitet habe, denn ich habe hier eine Vocalspur, wo ich zwei Atmer drauf habe, die mich extrem stören. Wir hören mal rein, wie es solo klingt. Du quasselst einfach weiter immer zu, wir werden keine Freunde, ich und du. Schalte auf durch, zur Röde nicht mehr zu... Also die Atmer sind deutlich zu hören. Ich habe schon zwei Kompressoren drauf. Hier einmal den 1176 und einmal den MV2 von Waves. Und die beiden sorgen dafür, dass das Signal schön konstant und gleichmäßig in der Lautstärke bleibt. Aber sie holen halt durch das Make-up-Gain auch die Atmer nach oben. Und hier haben wir zwei Atmer. Einmal stelle ich die mal frei. Wir haben hier einmal diesen einen Atmer. Kann man sehr gut erkennen. Hier die Wellenform, das ist genau zwischen dem Gesang. Und hier auf der rechten Seite auch nochmal den Atmer hier, der sogar noch etwas lauter ist, weil er noch stärker aussteuert. Und die beiden möchte ich jetzt bearbeitet haben. Und dementsprechend... Wo geht der Zoom wieder zurück? Hallo, Hilfe! Ach so, so geht's. Und normalerweise mache ich es erstmal so, dass ich den Atmer freischneide. Das heißt, ich nehme die Schere und schneide hier mal den Atmer frei. Jetzt habe ich den schon mal hier. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, mit diesem Atmer umzugehen. Oder sagen wir mal drei Möglichkeiten. Ne, zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten und zwei Bearbeitungsmöglichkeiten. Zum einen, ich kann ihn einfach rausschmeißen, entfernen. Und dann fragt er mich noch, ob ich die Automationsdaten mitlöschen möchte. Ne, das möchte ich nicht. Zack, ist der Atmer weg. Und wir hören mal rein. Du quasselst einfach weiter immer zu. Wir werden keine Freunde, ich und du. Also sauberer geht es ja nicht. Der Atmer ist weg. Einziges Problem, was ich dabei habe, ist, wenn der Atmer weg ist, dann kann es durchaus passieren, dass es dann nicht mehr organisch ist. Also es klingt dann nicht mehr organisch. Denn unser Ohr ist ja daran gewöhnt, dass der Mensch irgendwann Luft holen muss. Das heißt, wenn zu lange Zeit nicht Luft geholt wird, dann ist das Ohr irgendwie irritiert. Man kann zwar nicht beschreiben, dass was nicht stimmt, aber dass irgendwas nicht stimmt, ist auf jeden Fall Fakt. Also Kommando Z, wieder rückwärts. Ich mache es normalerweise so, wenn die Atmer zu laut sind, dann mache ich sie leiser. Und in Logic und in den meisten DAWs heutzutage geht das ganz einfach, indem man den Clip Gain macht. Hier bei Logic kann man hier den Pegel auf der linken Seite im Inspektor einstellen. Und da kann ich einfach mal doppelt draufklicken. Und ich mache jetzt einfach mal minus 6 dB. Dann sollte der Atmer schon deutlich weniger laut sein. Wir hören mal. Und wenn wir das mit dem Playback zusammenhören, wird es noch besser. Er ist jetzt nur noch zu hören, aber er ist bei weitem nicht mehr so laut wie vorher. Ich mache es nochmal zurück, irgendwie auf 0. Dann hört man es auf jeden Fall besser, vor allem mit dem Playback. Das ist ja sehr auffällig. Also schalten wir ihn zurück. Und ich mache sogar noch mehr. Ich mache minus 8 dB. Das mache ich nach Gefühl und nach Geschmack natürlich. Und dann hören wir mal. So gefällt es mir. Wir haben den zweiten Atmer hier auch noch. Und ich könnte theoretisch hier auch mit einer Automation arbeiten. Ich müsste also nicht mit Clip Gain arbeiten, sondern ich kann ja auch hier A drücken. Dann komme ich auf die Automation und könnte dann hier einfach Bearbeitungspunkte setzen, da wo der Atmer ist. Und dann ziehe ich das einfach runter. Ziehe das hier, was haben wir hier, minus 11. Als Ausgangsbasis machen wir hier auch minus 19. Dann müsste auch leiser werden hier der Atmer. Hören wir mal in Solo. Noch ein bisschen leiser hier. Ja, so wäre es auch gut. Ich persönlich bin aber eher für die Clip Gain Variante. Das heißt, ich schalte am liebsten. Das mache ich jetzt mal wieder weg, die Automation an dieser Stelle, wenn wir nicht durcheinander kommen. Ich mache es tatsächlich am liebsten so, dass ich auch hier wieder freistelle, einfach sauber schneide. Und dass ich dann hier einfach, der ist noch lauter als der andere, dass ich hier minus 10 dB mache. Das heißt, der Atmer ist noch da, irgendwo. Wir hören mal. Du quasselst einfach weiter immer zu. Erster. Wir werden keine Freunde, ich und du. Schalte auf durchzuhören. Genau, und im Playback kann man es dann noch besser hören. Der Atmer ist wirklich nur ganz subtil zu hören. Und dementsprechend klingt es organisch. Und dadurch, dass er nicht so laut ist, der Atmer wirkt es auch nicht so gestresst. Ich könnte den zweiten auch wegnehmen. Das Problem ist nur, dann wirkt es irgendwie unorganisch. Und ich werde dir mal zeigen, wie das ist. Ich mache mal das Playback dafür an, damit man es besser hören kann. Man erwartet den Atmer eigentlich an der Stelle, weil da so eine Pause ist zwischen dem Gesang. Aber er ist nicht da, weil er weggeschnitten ist. Und das ist nicht gut. Hören wir mal. Mit Playback habe ich gesagt. Fühlt sich für mich persönlich nicht besonders gut an. Es gibt Leute, die schneiden alle Vocals schön sauber, alle Atmer weg. Dann ist es durchgängig und immer so. Dann kann man es natürlich auch machen. Oder man hat eine Stelle, wo es wirklich passt, dass man das sauber schneidet. Aber ich bin großer Freund von dieser Clip-Gain-Variante, weil mit der kann man einfach dafür sorgen, dass die Atmer zwar drin sind, aber eben nicht so laut sind und dass es dadurch nicht so gestresst wirkt. So, das ist meine Bearbeitung. Also man kann mit Automation, man kann es mit Clip-Gain oder man kann es komplett löschen. Das sind die drei Varianten. Und kleiner Tipp am Rande noch, wenn du es bei Chören machst, hier unten habe ich eine ganze Menge Chöre, da kannst du auch mit einem Gate arbeiten. Das heißt, du kannst dir durchaus auch ein Gate da drauf laden, wo du dann die kompletten Chöre drauf machst. Auf den Corvus habe ich hier ein Gate drauf gemacht. Ja, genau. Hier auf den Corvus, hier auf der linken Seite, kann man sehen, habe ich ein Gate drauf gemacht. Und das Gate ist sogar noch geschaltet durch meinen Hauptgesang. Dementsprechend wird nur das Gate geöffnet, wenn auch der Hauptgesang singt, denn der Chor doppelt hier meinen Hauptgesang. Auch eine tolle Variante. Die zeige ich dir vielleicht beim nächsten Mal, wenn du dich dafür interessierst. Wenn du dich dafür interessierst, dann schreib es einfach unten rein. Ich glaube, ich habe es aber schon mal gezeigt. Jetzt komme ich schon mit meinen eigenen Videos durcheinander. Ist ja auch egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rüber, einfach mal zur Frage der Woche. Los geht's. Ja, und eins gibt es noch dazu zu sagen, richtig oder falsch gibt es bei der ganzen Geschichte nicht. Wie beim ganzen Mischen gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt nur gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das heißt, dem einen mögen die Atmer zu laut sein, dem anderen zu leise oder dem einen mögen sie total fehlen. Ganz egal. Wichtig ist, dass dir der Song gefällt und du kannst dann deinen Song anbieten. Und wenn er dir gefällt, dann ist es doch schön. Dann hast du das Beste gegeben, was du magst. Und dann lass doch die Kritik von den anderen einfach mal an der abperlen, solange sie zumindest nicht konstruktiv, sondern nur subjektiv gefärbt ist. So, jetzt schauen wir mal in die Frage der Woche rein. Die kommt heute von Virgo. Und Virgo fragt, Virgo mit Zahlenkombination, Virgo22880. Hallo, Virgo. Was ist der Unterschied zwischen das Hallsignal auf einen... Jetzt muss ich nochmal lesen. Also, was ist der Unterschied zwischen das Hallsignal auf einen Centbus legen und das Hallsignal per Insert direkt auf eine Spur zu legen? Bisher habe ich in Cubase immer letztere Variante gewählt und hat immer gut geklappt, weil ich zudem gar nicht wusste, wie es auch anders geht. Gute Frage, Virgo. Und vielen Dank, dass du sie mir gestellt hast. Denn es ist so... Ein Hall kann man natürlich auf die Spur drauflegen. Das ist sehr simpel. Sagen wir mal, man nimmt eine Snare und lädt einen Hall rein. Dann hat man nur auf der Snare diesen Hall. Oder man nimmt eine Gesangsspur und packt den Hall drauf und zack, hat man direkt Hall auf der Spur. Der Nachteil ist allerdings, dass du diesen Hall nur auf dieser Spur verwenden kannst und dass du ihn im Zweifel nicht nachbearbeiten kannst. Also den Hall separat. Wenn du den Hall auf einen Bus legst und dann das Signal vom Vocal zum Beispiel dahin rutes, dann hast du die Möglichkeit, das noch nachzubearbeiten, das Hallsignal. Das heißt, du kannst vor dem Hallsignal noch einen Kompressor schalten, der das Signal, was in den Hall reingeht, ein bisschen komprimiert und zusammenhält und vielleicht stärker komprimiert als die Vocals eigentlich. Dann hast du die Möglichkeit, noch einen D-Ser reinzuschalten, damit die S-Laute nicht so stark in den Hall reingehen. Dann hast du den Hall selber. Dann kannst du mit einem Equalizer noch die Höhen und die Bässe wegformen und kannst danach noch vielleicht noch einen Verzerrer drauflegen, um den Hall noch ein bisschen knuspriger zu gestalten. Das kannst du alles nicht machen, wenn du den Hall nur auf den Inset, also wenn du den auf den Kanal direkt drauflegst. Diese Nachbearbeitung kannst du da komplett alle auf dem Bus machen und der Vorteil ist auch, du kannst diesen Hall, den bearbeiteten Hall, kannst du natürlich auch nicht nur von einer Spur bespielen, sondern kannst auch, wenn du zum Beispiel den kompletten Gesang in diesen Raum reinstellen willst, den du da auf diesem Bus gemacht hast, dann kannst du natürlich die ganzen Chöre und die zweiten und dritten Stimmen, kannst du natürlich auch alle darauf routen. Das heißt, du brauchst nur einen Bus und die Plugins, die da drauf sind, brauchst du auch nur einmal, wenn du den Hall allerdings auf zehn Gesangsspuren gleichzeitig drauf machst und du einen Parameter ändern willst, dann musst du in jedem Hall Plugin diesen Parameter ändern und du hast zehnmal die CPU-Power verbraucht, obwohl du dir das eigentlich sparen kannst. Es hat also diverse Vorteile, den Hall direkt in den Bus reinzulegen und da zu bearbeiten. Ich persönlich bin da aber auch schmerzfrei. Wenn ich eine Snare habe und da soll ein Hall drauf und ich habe da keine großen Ansprüche, dann kommt der Hall direkt auf die Snare-Spur drauf und ich mache kein großes Heckmeck mit dem Bus. Da bin ich dann auch wirklich, ja, das ist unkonventionell, wie du es auch immer nennen möchtest. Ich mache es einfach so, wie es in dem Moment am praktischsten ist und wenn es mich dann stört, kann ich den Hall ja immer noch auf dem Bus routen und den dann noch danach bearbeiten. So mache ich es. Wie gehst du mit deinem Hall um? Legst du den immer auf den Bus? Legst du den immer in den Kanal oder benutzt du vielleicht sogar einen Hall auf dem Masterbus, was ich auch manchmal mache, um vielleicht die ganze Band in einen kompletten Raum reinzustellen? Schreib es einfach unten in die Kommentare rein oder wenn du magst, schreib es auch unter recordingblog.com einfach unter den Artikel. Da freue ich mich auch immer, wenn ich da was lesen kann. Und wenn du magst, sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recordingblog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yasu!